Die sind einfach in jedem Gang. Ja, das ist so. Ihr landet welche. Close, close, close. Bei uns. Genau neben uns landet welche. Hier in der Halle. Hier in der Halle. Er hat keine Waffe. Ich hitze ihn gut mit der Pistole. Er hat won it. Er hat echt mega won it. Er hat gar keinen Bock mehr, Jungs. Ja, easy claps. Direkt finischen für den Kill-Clown. Nico hat aber auch anders den Trend gesetzt. Mit diesem Y statt I und Os und was weiß ich was. Alter, der hat alles auseinander genommen. Ich finde den neuen Trend mit der Insolvenz nicht cool. Lull. Was? Er ist ja nicht insolvent, alles gut. Achso, stimmt. Bei Nico. Carl S. Hat er doch irgendwas dazu gemacht? Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie verfolgt habt oder so. Aber es ist mir irgendwie beleid, man. Ich habe es nicht so ganz auf dem Schirm tatsächlich. Abgezogen worden oder sowas. Ekelhaft sowas, Alter. Ja, er landet, er landet. Lass den Puschen. Der dürfte keine Waffen haben. Oh mein Gott, der landet aber bei Max. Echt jetzt? Ja, ja, der landet bei dir in der Nähe. Kevin, er ist hier. Er ist noch drin hier, Kevin. Hab ihn. Ja, ich habe ihn gehört, die Sau. Egal, I got you. Im Flying Park hat sich mein Ketter hingelegt, anstatt zu sprinten. Ich check's nicht. Oh, Gucci, bro. Hast du noch Platten? Komm mit mir. Ähm, glaub, ja. Max, fightest du noch? Ja, ne? Ja, hier ist ein Dreier-Team vor mir. Fuck. Oh, shit. Auch im Haus oder nur auf der Straße? Vor mir, vor mir in der Halle. Okay, gut. Komm. Komm mit mir rein. Alles gut, alles gut. Wir sind hier. Kommst du mit, Kevin? Cheat-Track einer? Ja, aber wo sind die, Bro? Auf der Street, in der Halle. Oh. Auch hier? Ich guck, ich guck, ich guck. Ja, wach, 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 wach. Einer fliegt da, einer fliegt da in der Luft. Wo? Ähm, Richtung Süden. Hat jemand Sniper-Schüsse? Äh, hier. Hier, hier, hier. Ich hab selber vorher. Hier ist hier. Ich hab Munitionsdingen hier getroppt. Nimmt euch mal, nehmt euch mal dick. Moving. In der Halle links? Ja, die chillen da alle drin. Du musst echt aufpassen. Piek nicht zu viel. Er ist hier hochgeschlettert. What? Scheißker. Alter, what? Das hat er mich erschrocken. Hat der da einer unter uns closed ist? Nee, doch nicht. Jetzt wäre ich hier in der Halle vor. Die konnten hier hochklettern irgendwie. Passt auf. Wie ist das, ey? Wie hat der das denn gemacht? Da links ist einer. Da fliegt einer. Hat zwei Hits. Drei Hits. Ach, schade. Das ist ein Sniper ganz hinten. Oh fuck, Alter. Nee, nee, das ist, das ist eine Aufgabe. Das ist kein Sniper. Immer macht er eine Aufgabe. Die Tür gehört, die kommen wieder hoch, oder? Nee, nee, das war meine Tür. Ich war das. Der ist immer noch in der Halle und piekt so ein bisschen auf uns. Äh, Max, zwei Platten. Hier. Ich hab zwei Platten, alles easy. Okay, gut. Ich will hier noch eine P90. SMG. Die fighten da selbst, glaube ich. Aber hier in der Halle müssen halt auch noch Gegner sein, ne? Als ob die durchgezogen sind. Ah, da hat die sind. Hier. Lass mal pushen. Der ist weak. Der ist shieldcracked. Mein Marker, da drin. Aber ich weiß nicht, ob pushen so worth ist. Wir pushen jetzt rein. Okay. Da hinten beim roten Marker, ne? Ja, roter Marker, genau. Der ist shieldcracked. Der ist oben. Der ist oben drin, glaube ich. Der ist oben drin, ja, ja. Come on. Jetzt einer down, hab ein KO. Finish. Sehr stark, Max. Okay, da müssen noch welche. Da müssen noch welche hier sein. Ah, da landet sogar jemand. Da. In der Luft. Über uns ist noch einer. Über uns ist noch einer. Ganz Team, ganz Team, ganz Team. Hier, knockt. Knockt auf den Marker. Hier, los, 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 los. Sehr stark. Okay, ich glaube, ich habe den Finish bekommen. Durch euch. Ich glaube, es war an der letzten. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Wir müssen zum nächsten Shopguns bringen, bevor wir großartig halten. Schnell. Okay. Äh, der nächste ist... Können wir den Flaps droppen, oder soll ich sie selber reinschieben? Hinter hier ein. Schieb, schieb sie. Der hier oben ist tot, ne? Schieb sie dir rein, bro. Schieb sie dir rein, alles gut. So, Robo. Äh, Jungs, lass mal dahin steppen. Scheiß mal auf die. Wir müssen echt zum Shop. Ja, schieb mir auch was rein. Also, ich gehe im Klangwechsel. Äh, Truck geht auch auf den Shop zu. Und die Gegner haben auch den Heli. Bei uns. Können wahrscheinlich auch hierher kommen. Der Vertreiber und es klappt. Double Shotgun. Äh, der Wächter ist... Der Wächter ist eine Sniper. Einmal Shotgun und einmal Nahkampf-Shotgun. Was genau ist das Sniper-Shotgun? Ja, das ist Slug. Der hat sich nur einen Schuss. Jungs, ihr könnt eure Muni voll machen. An dem Talia. An dem Talia unten. Wenn man einen drängend mit dem Marker trifft, es halt... GGs, ne? Wurde jemand revived. Jungs, hier an unserem... Hä? An unserem Shop wurde jemand revived. Hier ist jemand. Hier, hier drin. Er ist der beste Spieler der Welt. Ich trifft keinen Schoss. Schoss, gut. Revive, wie passt? Mach ruhig, Cash. Sein teammate müsste auch hier landen, ne? Passt auf. Da, 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 da. Der landet auf uns. One Shot. Not tot. Alles weg. Alles weg. Team White. Team White. Sicher? Dann ist ein anderes Team. Dann ist ein anderes Team. Oh, wie ich wusste. Mein Marker sagt... Zwei Gegner. Ja, zwei Gegner sind da. Auch Most. Er geht hinten ins Haus rein. Shield Crack. Weak, ultra weak. Oder? Da, da, da. Der ist so weak. Sehr stark, Jungs. Der ist komplett tot. Der ist komplett tot. Also, was müsst ihr bei den M4 rausholen? Wenn wir drei Leute M4 sprayen, ist der immer tot. Sniper kann er überleben. Aber wenn drei Leute M4 sprayen, ist der immer tot. Truck kommt vor uns. Truck, ja. Shield Crack, der Fahrer. Der ist mega weak. Habt ihr Nades? Habt ihr Nades? Ne, leider. Ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Ja, Shield Crack, der da links raus ist. Hä, wie über uns? Der ist unten. Der ist reingang, oder? Ich hau Drohne. Er ist unten bei uns drin. Ey, Jungs, kommt runter, kommt runter, kommt runter. Kommt runter, wir pushen. Du warst schön. Kommt er jetzt hier. Er ist hier mit meinem Einsamsschild. Was geht bei ihm? Neues Team hinter uns. Ab ihn, ab ihn. Digga, was macht er denn? Das war noch einer. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Schnell zum Max, schnell zum Max. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kannst du hier runterkriechen? Kannst du hier runterkriechen? Komm, am besten runter, weil... Schwierig. Ich mach, ich mach. Sehr gut. Hier ist noch einer drin im Haus. Es wird so krank, Digga. Okay, ich geh kurz hoch. Am besten nicht mehr hochgehen, am besten nicht mehr hochgehen. Die oben ist einer. Ja, das meine ich. Ist down? Sehr stark. Runterkriechen, runterkriechen. Ich bin genau nicht benaunt. Ich bin bald, ich bin bald, dass du kamst. Komm, die, komm, die, komm. Alles gut, alles gut. Rewalph ihn. Rewalph ihn. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Komm mit mir. Okay. Wir haben gerade eine Granate, ich glaube. Max, pass auf, die sind auch unten im Haus, soweit ich weiß. Digga, das sind zwei Teams. Ich gucke mal her, schlägt uns so. Einer ist, äh, östlich. Alter, wir müssen auch bald los, ne? Wir haben ein Problem hier. Wir haben ein ganzes Team über uns, ja? Wer braucht Shields? Kevin, hast du keine mehr? Äh, oh mein Gott. Mom, danke, Bro. Einen würde ich noch nehmen. Es waren wirklich zwei Teams, das können... Er ist close, er ist close hier. Eigentlich müssten wir den Russian, Jungs. Der müsste alleine sein. Komm, los geht's, los geht's, los geht's. Er ist tot. Knocked. Wir müssen den Russian, der war alleine, was will er machen? Er beleidigt mich auf Französisch. Also, wenn jemand nur eine Eier spielen will, dann könnt ihr das nehmen, dann habt ihr das auf dem Rücken, oder? Test mal, habe ich das auf dem Rücken, Jungs? Habe ich das auf dem Rücken? Ja, das sieht gut aus. Ist halt actually, maybe. Okay, jetzt hab ich auf jeden Fall, Bro. Geste mal, zahl an den Rücken. Hier, ich könnte es aufheben, aber... Glaub ich auch. Hier ist die Claimers. Ich guck kurz, ob hier... Also, im Haus, glaube ich, ist keiner mehr, es sei denn in der Geist. Digga, ich enjoy dir mal so krass. Ähm, da, östlich, auf der Seite ist irgendwo jemand. Ich weiß nicht, ob er im Haus grün ist. Hier ist die Herrschweiz, wir nehmen mal mit die Kofferplatte. Ähm, ja, Mom, ich bin unterwegs. Wo? Unten, oder? Habe ich gepinkt, ist es pinkt drauf? Zwei Stück sind dem Gebäude gegenüber von uns, östlich. Östlich. Ist das dead links? Also, in dem Gebäude sind Gegner. Zwei Stück auf dem Dach, ich sehe sie sogar. Geht zu der neuen Safe Zone. Fuck. Scheiße, Bro, ich gehe mal oben aufs Dach. Wir müssen, wir müssen... Nein, 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 komm zurück, komm zurück. Wir müssen absolut in die Zone, und wir müssen extrem weit. Planen ist jetzt der Truck, und dann müssen wir fahren. Wir gehen ganz außen rum, Jungs. Holt euch nochmal... Ich hole nochmal einen Stack Platten. Holt die. Hier, hier liegen nochmal drei, hier liegen nochmal. Komm raus und hol die drei restlichen da. Ich hol mir selber nochmal welche, Bro. Self-Roy-Fans geht's, Max. Self-Roy-Fans, schnell, 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 schnell. Ja, schaffst du noch, komm, und dann weiter. Ähm, der geht nach oben. Deckung, Deckung, Deckung. Granade ist drin. Sehr stark. Ach, scheiße, es ist Mina. Der ist hier drin irgendwo. Komm, schieb sie rein, mich, Jungs. Oh, der Strand, der sieht direkt nach vorne, hier. Kommt! Schockt, der kassiert, der fällig. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Hallo, grüß, Tramik. Wollte mich hochholen, aber ich self-eval. Ich mach, ich mach, ich mach. Reeps, wo bist du? Wo bist du? Reeps, wo bist du? Ich check die Lage, alles gut. Links von mir. Close hier. Todes komplett, alle weg. Let's go. So, so nehmen wir hier die Häuser ein. Was glauben die, wenn mir das Haus gehört, Alter? Holy shit, was finde ich diesen Crash. Holy shit, Alter, nevermind. Ich bin ein Lopfer, der S-Won-Hit, One-Hit oben. Reeps, Reeps, S-Won-Hit. S-Won-Hit. Nevermind. Ja, One-Hit, wirklich? Er war One-Hit. Nein! Ah, das sind mehrere, okay. Nevermind. Wem gehört das Haus nochmal? Das hab ich so verdient, Digger. Ey, wir sind aber noch alle Gulag. Alter, das waren zwei Teams? Wir haben ein Team gesöhnt, ne? Zwei Teams in einem Haus. Sind die bescheuert? Ja, ja, alle. Komm, Max, ich call out zu dir. Ähm, ich seh' nicht, ich seh' nicht. Rechts von dir, genau. Wenn du gerade ausguckst, da steht er. Also jetzt mit sich, genau in deine Richtung, wo du ihn guckst. Der steht da immer noch drum. Jetzt ist er in seinem Spawn hinten. Jetzt kommt er wieder von vorne. Ja. Komm, Max, you got this. Er steht vor dir? Ja. Max, let's go, Alter. In den Hals, Digger, in den Hals. Und dann von unten durch den Kehlkopf ins Hirn hab ich ihn geschossen. Feitet, oder was? Hier oben, Max, Gegner. Ich hab, schön, ich lande auf dem Lootjob. Ich muss auf dem Lootjob landen und dann komm ich zu dir. Hier sind Waffen. Soll ich die töten? Nein, 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 nein. Kannst du hier zum Lootjob kommen, dann kriegst du nochmal Waffen. Digger, schaffe ich das? Wo siehst du? Oh, nevermind. Ich bin tot, Digger. Echt? Oh gut, wie? Ja, die sehen mich, die schießen auf mich. Die sind ausgestiegen, die Wichser. Ich bin so dead. Scheiße. Die sind hier bei mir ausgestiegen. Jagen auch mich. Zwei knocked. Überall hier. Ich kann vielleicht zu dir move'n, Max. Okay, oh. Ja, die schießen auf mich. Cross me. Sag mal, wo sehen die mich denn? Die sind ja die Besten. Hast du auch einen genockt, oder was, Max? Ja, ja. Sehr stark. Ja, neben mir steht einfach einer, Digger. Ich merke ihn nicht. Perfekt. Ich suche ihn auch noch die ganze Zeit. Er liegt hier im Boot. Er liegt hier einfach rum. Wie spielt man das jetzt, Reap? Max, du hast noch eine Smoke. Damit kannst du arbeiten und, äh, ne, falls sie dich dann da holen. Aber ich würde an deiner Stelle einfach mit Zone gehen. Auf Deckung. Aber die könnten dich doch auch abcampen, ne? Close bei dir. Close bei dir. Ja, genau. Geh hier durchs Fenster. Er müsste hier sein. Eben alles ab. Okay. Lauf. Lauf ein bisschen. Ah, ich werde rechts rum gegangen, aber pass. Lauf halt. Hier, um den Zaun rum. Um den Zaun. Nein. Pass auf, da chillt er. Ja, den meine ich nicht. Oder doch. Schieß. Du musst rein, Max. Schaden. Smoke. Smoke werfen. Smoke werfen. Und rein. Schieß. Schieß auf ihn. Ja, nimm mal ein. Lass, lass, lass. Alles gut. Alles gut. Hau dir eine Platte. Hau dir eine Platte. Geh nicht rechts zum Haus. Bleib hier in den Bäumen. Geh weiter rechts. Halt ich weiter rechts, Max. Noch weiter rechts. Noch weiter rechts. Sie wissen, dass du hier bist. Ja. Halt ich dort. Ja, an den Bäumen. Ja, aber die sind auch links hier unten. Leg dich wieder ein, du bist ein Busch. Ja, ich bin Busch, sehr gut. Okay, du musst noch weiter gehen. Also wenn Max das gewinnt, Alter, fresse ich zwei Besen, Mann. Fünf Spieler, aber vier Teams. Ein Duo. Rest ist alles Solo. Yes. Okay, Max, krieg ich schon mal ein bisschen weiter fort. Du musst gucken, dass du so wenig Zeit wie möglich investierst. Jetzt, jetzt. Move jetzt schon mal. Ja, nee, laufen, 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 laufen. Die werden nämlich auch schon move'n da vorne im Haus. Ja, springt, 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 springt. Die werden gehen. Du darfst auch nicht mehr so viel fighten. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Du musst weiter. Du musst schon mal gucken, wo du hin kannst. Aber ja, lauf am besten mit der Zone. Lauf am besten mit der Zone geduckt. Versuch so high ground wie möglich zu bleiben. Oder hinter den Bäumen. Leben immer noch alle. Schwierig. Ist er hier drin? Glaube ich nicht. Du bist hier leider nicht in der Zone auf dem Haus. Du musst rechts um den Zaun rum. Um den Zaun rum. Rechts, ja. Und geduckt bleiben. Ja. Legt. Ja, da liegt er. Legt am besten. Mach ruhig. Lass die kämpfen. Kriech, 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 kriech. Ja, ja, ja. Was? Stark. Komm mal. Jawohl. Weiter. Weiter. Und hier im Link. Hier im Link. Hier im Link. Zwei Gegner, Max. Die sind beide wahrscheinlich nördlich von dir. Zone Move, Max. Zone Move. Ich muss mit der Sniper versichern. Erstmal mit der Sniper, Max. Erstmal mit der Sniper. Du hast dich genug Monik. Nach rechts, rechts, weiter, rechts. Ja, genau da. Genau da. Nochmal. Jawohl. Finish, finish. Einer noch. Max, sag aus. Sag aus. Vor ihr, vor ihr. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Nein, Max. Hinter der Mauer. Da genau da steht er doch. Da vor dir. Ja, liegt er. Unconnected. Ja, was? Ja, was? Ja, was? No way. Dude, no way. Nicht mehr. Ich habe viel zu viel Puls. Digga, mit dir. Egal, sagen wir den, den du gesnipet hast, war der letzte. Vierer Windstreak. Das ist der Vierer Windstreak. Vierer Windstreak. Dude, what the fuck? Digga, was hast du da gemacht, Max? Wie smart. Mach's mit dir. Ja, wir haben ja eine Vierer Windstreaker. Oh, mein fucking Gott, Bro. Dude. Ich muss zwei Besen fressen, Digga, on streamen. Was mache ich denn jetzt, Alter? Ey, auch wenn Max kein Pocker ein Pocken-Chelion ist bei Max, Alter. Alter, holy shit. Was macht der Junge da, Alter? Ich habe so richtig zittrige Atmung. Kennt ihr das? Ja, kenn ich, Bro. Wie du dann gepanockt hast und auf die Leiche geschossen hast. Ja. Alles in Wulz. Erst mal fucking sieben. Ja, aber nee, da zahlen wir Magazin in die Reine fallen, Digga. Oh, mein fucking Gott, Bro. Oh, fuck.